Mein Name ist Upton Krohn, ich war in Berlin bei den World Games, habe da die Goldmedaille geholt. Mein Name ist Andrea, meine Sport ist das Reiten und ich habe in Berlin zweimal Gold geholt. Mein Name ist Stefan Schieren, ich spiele Hockey und bin Nationaltorwart und ich habe in meiner Mannschaft den vierten Platz gemacht. Ich bin Verena Maiwald, spiele Hockey und habe bei den World Games die Goldmedaille geholt. Ich bin Jannik, ich schwimme am ECV. Moin, ich bin Levin, ich mache Leichtathletik. Ich bin Leo, bin Athletensprecher von Special Olympics. Und ich wünsche mir, dass wir mehr Anerkennung bekommen. Dass Reiten weitergeht. Noch mehr Co-Trainer für uns. Und dass wir noch einen Trainer finden, einen Co-Trainer. Dass wir flexibere Sprengzeiten bekommen. Dass es eine Förderung für uns wie Sporthilfe für uns für Special Olympics gibt. Die Special Olympics sind eine Herzensangelegenheit von mir. Denn gerade Sportler mit Behinderung brauchen die Platz.